Wie Sie sehen, ist jedermann, jede Frau in der Lage, diese Scheiben selbstständig einzubauen. Noch ein Tipp, bevor wir die Folien an der Solarplexus-Scheibe abziehen, wollen wir die Kanten der Scheibe mit einem feinen Schleifpapier entgraten. Damit können wir die Scheiben leichter in die Hand nehmen und der Einbau läuft flüssiger. Die Folien sind auf beiden Seiten abgezogen. Die Scheibe sitzt, sie passt und es klappert nichts. Hier auf der linken Seite benötige ich überhaupt keinen Keil. So, jetzt werfen wir einmal einen Blick in das Fahrzeuginnere. Hier können wir sehr gut erkennen den Unterschied. Wir werden die Schleifpapier aufgetrennen. Die Schleifpapier schlägt. Ich kann es um alles zu denken. Also hier zwischen diesem Fenster und dieser Scheibe, hier kommt dann noch dieser Keil.